Und da sind wir wieder, live aus der Bat-Höhle, unterhalb Wayne Manor. Wird mit Hunden gespielt, hier werden Helden trainiert. Hier haben wir Bat-Woman, Robin, Nightwing. New 52, Red Robin, what the fuck. Oh, Lucius Fox. Okay. Keine Ahnung. So, ja, schauen wir uns mal das nächste an. Das hier wäre Wayne Manor. Aber warum nicht? Meanwhile, ein Wayne Manor. Uh, okay. Okay. Call me Alfred. Okay, Mr. Pennyworth. Gala Fundraiser for Batman Incorporated. Okay. Alles klar? Oh, my God. Everything will have random adjectives, even your items. What? 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 Klasse. Complete Chaos, oder wie? Brainwashed Hero? Habe ich das denn geschafft? Was ist denn bitte hier los? Batman vs. Brazal Ghul. Nein, noch nicht. Wer bist du? Limnophilic, Lipophilic, Lygophilic, Mammophilic, Constantine. What? Drakon. Constantin. Okay. Hey. Was ist das hier? There's an Explosive between these two. What the hell? Earning Dynamite. Und weg. Boom. Ah. Hier kommt dieses... Ich glaube, ich brauche... Was hat denn hier für ein heiloses Chaos? Excalibur! Ja, wahrscheinlich schon. Cyborg! Ding Titans. Aha, another you. Das kann nur einen geben. Das ist... Moment, den kenne ich das. Serpentine. Eventuell bekommst du ein Ally of Young Justice. Moment mal. Das letzte Mal, als ich Young Justice gelesen habe, bevor die Comics hier zueinander eingestellt worden sind. gehört dennoch, glaube ich, noch zu den Point Men, die den Befehl hatten, Young Justice zu erledigen. Irgendwie sowas in der Art. Na, aber als DC hier in Deutschland pleite ging, habe ich dann aufgehört, die Sachen zu verfolgen. Irgendwann gab es dann irgendwie neue Serien. Da hat er ganz viel von der Panini und... I just couldn't care anymore. Okay, er ist einer von den guten mittlerweile, könnte man sagen. Was will der? Ich weiß es nicht, was er will. Er scheint verwirrt zu sein. Was ist mit dem hier? Wer bist du? Johnny De Netto. Sleeping. Bleib mal ruhig, ja. Was ist mit dir? Fictional, cacophonophilic, biophilic, slippery skeletal horseshoe. Fictional, boppy, boppy, black itching powder. What? Okay, was hat denn jetzt hier wieder? Excalibur. No. Du nehmst Excalibur. Ich nehm mir das hier. Nicht, dass ich es will, aber... Okay, vielleicht will ich es ja doch. Vielleicht... Da. Just go see. Yeah, that's... ...Gunstallion. Criminal for Hire, aka Randy Hanrahan. Wer ist das? Keine Ahnung. Ähm... Ghost. Ja. Scary. 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 Spirit. Hallo. No, we don't need to survive Wait a second Jack in a box Ice, Jack Icebox Jade Icebox Das ist gruselig Haunted Crate Ich habe keine Ahnung Scary, nine No, jetzt ist er What the hell Schön, dass das alles so gut geklappt hat Nicht Okay, das wäre erledigt Ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal um das Event Batman vs. Ra's al Ghul Okay Also erstmal zu Bruce Wayne Alles klar Gut, wenn ich nicht durch die Tür reinkomme, dann... okay Ich würde sagen... let's get dressed Mingle with the guests Ja, mit den Fledermausvögeln auf den Rücken Wir werden überhaupt nicht auffallen in dieser erlusten Gesellschaft, soviel erstmal klar Hat Bruce Wayne tatsächlich Batman-Badwäsche, ist hauptsache wie man das jetzt auffällt, großartig Okay Mingle, Mingle Mingle, Mingle Hey, the secret was was what? Just Wayne, I found the henchman Hi Illustraction Hochbombe Lang lebe, Ra's al Ghul Klatsch Oh mein Gott Wir brauchen Hilfe Captain Grapefruit Au Captain Grapefruit hat das alles unter Kontroll Der beste Superheld aller Zeiten, Captain Grapefruit More Assassin No Das ist nicht das Green Lantern Chor Aber egal Oh, scheinbar doch What? What a glorified mess What the hell We're running out of time, make them bigger and stronger What the hell What the hell Ah, damn it Also Jetzt brauchen wir die JSA Werd ihr so freundlich Ah 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 Noo Nein, 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 nein Lass mich hin Holy Guacamole War's das? Nope Das hätten wir erledigt Ja, geh schon endlich down Danke, geht doch Jetzt wird's fies Jetzt bombt er noch Gut Das wäre auch erledigt So many heroes Ah Happy Happy Another Star Well, that was strange Oh You earn a huge reward If you guessed the object I'm thinking of Speaking of Blah, 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 blah Blah, 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 blah Du bekommst eine Pizza Wrong coffee shop Better luck next time Woher sollte ich das wissen? Also gibt mir keinen Sinn Pink tail Pink tail Yeah We done okay Nice tail Who would build something like that? Peculi- What the hell? Okay, good Easy Correct Hazard avoided What? We've been turned to stone Was ist das? Copy trace Copy trace Blind copy trace We've been turned to stone We've been turned to stone Phoenix feeder Phoenix door Phobic Phobic door We brauchen Dr. Fate No, I'm not ready to move on Siehst du nicht? Diese Leute hier sind versteinert Unstoned? No Healing? Healing Nein, das funktioniert nicht Das ist ein Stein, der sich selber heilt Äh, keine Ahnung Was ist das hier? Dig this molehill What? Okay I can dig What the hell? Bagger gegen Mutant Bagger gewinnt Immer Help me travel through time Ich glaube Dr. Fate kann durch die Zeit reisen Aber wir haben ihn schon gerufen Also No Wir nehmen ihn mit Ja Nein Was ist das? Glide Das ist Beast Boy Garfield Mark Gar Logan Okay A devil in darkness Without And Ghost Okay Time machine Wo kommt der Dinosaur Wo kommt der Dinosaur Nähe I don't Ah, das ist Beast Boy Okay Und jetzt dürfen wir auch noch den Crash Test Tummy Blutsch What? Alberto Falcone Blutsch Blutsch Okay Ich glaube Damit wären wir hier durch Ich weiß auch noch nicht was es damit auf sich hat Aber irgendwann werde ich das rausfinden Oder auch nicht Ist auch egal Ähm Ich bin durch Das war's von mir An dieser Stelle Danke fürs Zuschauen Ich bin AlexDFanRace Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ich bin AlexDFanRace Ich bin AlexDFanRace Ich bin AlexDFanRace Vielen Dank.